Liebe Mitglieder von Power & Pace, oder natürlich vor allen Dingen an dieser Stelle auch solche, die es noch werden wollen und sich noch nicht vielleicht ganz sicher sind, herzlich willkommen und zwar zur neuen Saison 2024 bzw. zum passenden Saisonstart. Ich darf euch ganz herzlich im Briefing für das Training des Monats Oktober begrüßen. Mein Name ist Björn Geßmann, ich bin unter anderem der Coach bei Power & Pace. Ich darf mich einmal ganz kurz vorstellen für die, die noch nichts von mir gehört haben. Neben meiner Tätigkeit als Coach bei Power & Pace bin ich auch noch Geschäftsführer bei HighSize, einem Institut für Coachings und Leistungsdiagnostiken, Bikefittings und Aerotests. Als auch Trainer im Profitriathlon. Ich betreue eine Handvoll von Profitriathleten, zu denen unter anderem der gerade frisch gebackene Ironman-Vizeweltmeister Patrick Lange gehört. Als auch die frisch gebackene Ironman-70.3-Vizeweltmeisterin Katrina Matthews. Als auch frisch gebackene, das geht runter wie Öl, frisch gebackene Ironman-70.3-Drittplatzierte Jan Strattmann. Toll! Das waren bis hierhin sehr, sehr gute Wochen für mich. Und jetzt freue ich mich drauf, dass ich für die Saison 2024 wieder die ganze Expertise und Erfahrung in die Trainingspläne von Power & Pace stecken darf. Was ihr gerade erlebt, ist das Briefing. Das Briefing ist ehrlich gesagt so ziemlich eines meiner Lieblings-Podcasts, wenn man so möchte. Wundert euch bitte nicht bei diesem Podcast, beziehungsweise speziell bei dem Briefing. Da werdet ihr häufig einfach einen Monolog vorfinden, weil das meine Anlaufstelle ist, um euch neben den Trainingsplänen auch besonders viele Infos zu eben diesen Trainingsplänen zu liefern. Deswegen findet ihr diesen Podcast gerade auf dem offiziellen Power & Pace-Kanal, auf den bekannten Kanälen, wo ihr Podcasts hört. Es wird für die Saison 2024 aber vor allen Dingen so sein, dass wir einen weiteren Podcast-Kanal kreieren, bei dem ihr dann eben vor allen Dingen auch dieses Briefing für Pro-Member exklusiv auf einem Kanal vorfindet. Und deswegen würde ich euch einfach mal ganz schnell bitten, vielleicht oder also gerne jetzt oder auch nach dem Podcast, solltet ihr den zweiten Power & Pace-Kanal noch nicht abonniert haben, dann tut das sehr gerne, weil das öffnet mir gleichzeitig die Tür, um euch in regelmäßigen Abständen Infos rund um den Trainingsplan und um das Training und und so weiter zu liefern. Vielleicht auch da nochmal kurz zur Einleitung. Die wichtigste Anlaufstelle grundsätzlich für alles ist immer die Website unseres Projekts. Und die Website ist powerandpace.de. Und auf dieser Website findet ihr alle Informationen, die irgendwie für euer Training im Zuge oder als Mitglied von Power & Pace wichtig sind. Da findet ihr unter anderem eine Erklärung der einzelnen Kategorien. Dazu bitte auch immer gerne hier den Podcast hören. Wir werden oder haben an anderer Stelle schon einen Podcast veröffentlicht, der jetzt brandaktuell in den nächsten Tagen auch erscheint oder schon erschienen ist. Ich bin mir nicht 100% sicher, indem wir auch nochmal ein kleines Kick-Off haben, in dem wir die Kategorien erklären. Kategorien heißt immer, ihr bekommt einen Trainingsplan zugeschnitten auf eine Kategorie, die ihr euch aussucht. Und mit diesem Trainingsplan bereitet ihr euch auf einen Wettkampf vor, den ihr euch aussucht. Also es gibt ja mal zwei Fragen, die ihr vorher beantworten müsst, bevor ihr einen Trainingsplan auswählt. Frage 1. Welcher Kategorie fühle ich mich zugehörig? Frage 2. Auf welchen Wettkampf im Jahr möchte ich mich vorbereiten? Dass ich es einmal nur kurz erwähnt habe, beide Fragen können jeden Monat streng genommen neu beantwortet werden. Also solltet ihr irgendwann feststellen, dass euch die Kategorie nicht taugt, könnt ihr sie wechseln. Solltet ihr irgendwann feststellen oder vielleicht eine Verlegung des Rennplans haben zum Beispiel und umswitchen, dann könnt ihr auch da entsprechend einen anderen Trainingsplan im nächsten Monat für euch runterladen. Dieses Briefing dient immer dazu, dass ich euch so Richtung Ende des Monats schon mal einen Überblick gebe, was im nächsten Monat ansteht. Jetzt ist es so, wir haben eine ganz besondere Situation und zwar ist das wirklich der Saisonstart jetzt gerade für die Saison 2024. Und als erstes will ich schon mal ganz deutlich sagen, an der Stelle möchte ich euch auf keinen Fall verlieren, solltet ihr jetzt nicht exakt am 2. Oktober euren Saisonstart für die Saison 2024 feiern. Solltet ihr also dieses Jahr noch bei einem Herbstmarathon starten, beim Ironman auf Hawaii an den Start gehen oder beim Ironman Barcelona oder, 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 was noch alles so ansteht, dann ist das völlig fein. Dann werdet ihr auch nichts verpassen. Dann ist es trotzdem gut, dass ihr gerade zuhört, weil dann bekommt ihr auch schon mal ein paar Infos für die neue Saison eben mit. Und dann vor allen Dingen haben wir diverse Möglichkeiten für euch, den Quereinstieg zu schaffen. Also, solltet ihr jetzt gerade eben nicht direkt mit dem Oktober-Training starten, könnt ihr auch genauso gut mit dem November-Training in die Saison starten und mit dem Dezember-Training in die Saison starten. Als auch für so eine Art Quereinstieg Mitte des Monats findet ihr auf powerandpace.de und dann unter den Trainingsplänen auch quasi einen Quereinstieg. Dieser Quereinsteigerplan ist auch unterteilt nach Kategorien, geht immer über zwei Wochen und bereitet euch dann entsprechend auf den Trainings, auf den scharfen Start, sagen wir mal, des Trainings von dem neuen Monat vor. Wenn ihr also tatsächlich beim Ironman auf Hawaii startet zum Beispiel und ihr habt am 14.10. euren Wettkampf und danach kommt ihr nach Hause und sagt, jetzt muss ich mal eine Woche lang irgendwie die Füße hochlegen und das Jetlag loswerden, dann könnt ihr dann immer noch in den letzten beiden Oktoberwochen ganz entspannt in das Training wieder einsteigen, um dann im November zum Beispiel den neuen Plan für den November runterzuladen und den von da an zu verfolgen. Besonders ist auch, dass wir jetzt natürlich die Situation haben, dass zu einem Saisonstart immer auch noch ein gewisser Mix entsteht. Wir gehen jetzt in die fünfte Saison Power & Pace. Wir haben Leute, die sind vom ersten Tag an dabei. Wir haben Leute, die sind irgendwann im Verlauf dieser fünf Jahre hinzugekommen und wir haben Leute oder der vergangenen vier Jahre muss man sagen und wir haben Leute, die jetzt für das fünfte Jahr das erste Mal dabei sind. Und da würde ich gerne einmal ganz kurz nochmal ein paar Basic-Informationen durchgeben, die aber vielleicht auch für den ein oder anderen alteingesessenen Power & Pacer wichtig sind. Punkt 1 habe ich eben schon gesagt. Auf Power & Pace.de findet ihr alle wichtigen Informationen und für mich persönlich immer das Wichtigste auf Power & Pace.de, wenn ihr ein kleines bisschen nach unten scrollt, dann findet ihr dort eine Art Event-Kalender. Und in diesem Event-Kalender findet ihr eine fantastische Übersicht über all die Veranstaltungen, die in den kommenden Wochen im Zuge unseres Power & Pace-Projekts stattfinden und wo ihr dann auch natürlich gerne gefragt seid, wenn ihr Fragen einsenden wollt, zum Beispiel für ein Q&A-Special, wenn ihr Podcasts hören wollt, wenn ihr an Live-Rights teilnehmen wollt, wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Athletiktraining stattfindet und so weiter und so fort, dann ist dieser Event-Kalender immer eine fantastische Übersicht. Wenn wir von Trainingsplänen sprechen, dann meinen wir natürlich vor allen Dingen die Trainingspläne, die ihr auf Power & Pace.de slash Trainingsplan bekommt. Also ihr geht auf die Seite Power & Pace.de, dann findet ihr oben einen Reiter für den Trainingsplan, da klickt ihr drauf. So, wenn ihr bis dato noch nicht Mitglied seid bei Power & Pace, dann müsstet ihr erst einmal kurz Mitglied werden, um dann entsprechend die digitalen Trainingspläne vorzufinden, die exklusiv sind für Pro-Member. Diese Trainingspläne sind aufgeteilt schon nach der Kategorie, die ihr initial in eurer Anmeldung auswählt und dann ist der Rest selbst erklärend, dann findet ihr dort eine relativ große Auflistung über die diversen Pläne, an denen ihr euch bedienen könnt. Und dann, zurück zu eben, wie ich es schon gesagt habe, müsst ihr die zweite Frage beantworten, was eigentlich sowas wie euer Hauptwettkampf ist für das Jahr 2024. Und passend für diesen Hauptwettkampf wählt ihr euch dann euren Trainingsplan aus. Ich mache nochmal ein kurzes Beispiel, also ihr habt euch seit Mitglied geworden bei Power & Pace, ihr habt euch vielleicht initial der Kategorie Finisher zugeordnet zum Beispiel und ihr bereitet euch gerade vor auf den 7. Juli 2024 für die Challenge Rot zum Beispiel. Dann habt ihr eure Kategorie schon bei der Anmeldung ausgefüllt, dann geht ihr auf Power & Pace.de, klickt auf Trainingsplan und findet dann die Finisher-Pläne vor und dann sortiert nach Datum den Trainingsplan für Langdistanz 7. Juli 2024. Und dann habt ihr das Oktober-Training, quasi den Beginn eures Weges auf der Reise nach Rot und den wiederum, da klickt ihr dann entsprechend auf den Button Link generieren. Und mit diesem Link geht ihr dann, also ihr verleitet euch weiter auf Todays Plan, das ist unsere Trainingsplattform, derer wir uns bedienen. Und solltet ihr da noch nicht angemeldet sein, meldet ihr euch da auch einmal kurz an und könnt dann das Startdatum für euren Trainingsplan eingeben, zum Beispiel jetzt der 2. Oktober 2023 und dann laden die Trainingseinheiten aus dem Oktober-Training für den Plan auf der Reise nach Rot entsprechend in euren Trainingsplan. Wenn das mit speziell Todaysplan, ich meine, das ist eine Trainingsplattform, es ist etwas technischer und ich weiß, dass das am Anfang nicht ganz so leicht ist immer. Wenn das nicht ganz so einfach erscheint, findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts einen Link zu einem YouTube-Video, mit dem ich mal die wichtigsten Basics für den Einstieg zu Todays Plan erklärt habe. Schaut euch das gerne an, richtet euch euer Konto ein, legt euch gerne schon mal ein erstes Profil an mit so Metriken wie Gewicht und Größe. Achtet bitte unbedingt auf die Spracheinstellung, also stellt die Trainingsplattform Todaysplan auf Deutsch ein bitte. Das ist immer sehr wichtig, weil das am Ende auch mit der Gestaltung des Trainings und so weiter zu tun hat. Und genau, dann habt ihr da schon mal eine erste Basis gelegt. Es gibt ja mal einen wichtigen Zusatz, den ich gerne noch bringe bei Todaysplan. Um euch das Leben zu erleichtern, könnt ihr, wenn ihr euer Konto angelegt habt, rechts oben auf euer Konto klicken. Da findet ihr den Reiter Zugriff. Und bei Zugriff habt ihr die Möglichkeit, mir als euren Coach Zugriff auf euer Profil zu geben. Das ist deswegen von Vorteil, weil ich mich dann darum kümmere, dass eure Trainingsbereiche entsprechend der Zonen von Power & Pace eingestellt werden. Dazu nochmal rechts oben auf euer Konto, dann auf Zugriff. Dann öffnet sich ein Fenster, bei dem ihr oben einmal auswählen müsst, wer hat auf meine Daten Zugriff. Dann gebt ihr eine E-Mail-Adresse ein und das ist die E-Mail-Adresse Power & Pace, ausgeschrieben das End und dann alles in einem Wort. Power & Pace at tri-mac.de Und dann werdet ihr gefragt, was ich denn von euch bin und ihr sagt bitte, sie sind mein Trainer und dann ladet ihr mich ein. Sobald ich diese Einladung angenommen habe, werden automatisch eure Trainingszonen auf die Power & Pace Trainingszonen eingestellt. Achtet bitte darauf, solltet ihr vorher schon Trainingszonen eingestellt haben, würden die dann überschrieben werden. Also stellt euch immer die Frage, ob ihr das möchtet, aber ich sag mal, für gewöhnlich ist das durchaus jetzt nicht immer das allerleichteste, die Trainingszonen von Hand einzustellen. Deswegen lasst es gerne mich in diesem halbautomatischen Prozess machen. Nochmal ganz kurz, in den Shownotes, wie gesagt, eine Erklärung, wie ihr euer Konto bei Todays Plan einrichten müsst. So, wenn ihr also erledigt habt, Punkt 1, Mitglied zu werden bei Power & Pace, Punkt 2, euer Konto bei Todays Plan einzurichten und dann entsprechend an euren Trainingsplan gelangt seid, dann werdet ihr einen Trainingsplan für den Monat Oktober vorfinden. Dieser Monat Oktober ist der absolute Beginn unserer Saison 2024. Ich habe eben schon gesagt, es kommen Leute zusammen, die haben schon Erfahrung mit Power & Pace, es kommen Leute dazu, die noch frisch sind bei Power & Pace. Und das ist ganz fein so. Wir werden im November oder auch schon Mitte Oktober Leute haben, die noch einen kleinen Quereinstieg haben. Und wir werden wie immer bei so einer großen Grundgesamtheit Sportlerinnen und Sportler haben, die schon länger im Triathlon unterwegs sind, die vielleicht gerade sich inspiriert gefühlt haben von irgendwelchen Ironman-WMs und deswegen ganz frisch und neu dabei sind. All das werden wir in den ersten ein, zwei Monaten richtig fein zusammenbringen, sodass jeder einen ganz fantastischen Start in die neue Saison hat, ohne an irgendeiner Stelle großartig überfordert zu sein. Das geht damit los, wie die Power & Pacer, die schon etwas länger dabei sind, es von mir gewohnt sind, mit dem Trainingsstart am 2. Oktober. Und der sieht so aus, dass da ein Ruhetag stattfindet. Es geht also nicht direkt mit unbedingt Training los, sondern erstmal mit einem Tag, der für gewöhnlich der fixeste Ruhetag der Woche ist. Also da kann man annehmen, wenn es nicht gerade ein bundesweiter Feiertag ist, dieser Montag, dann kann man sich sicher sein, dass dieser Montag immer ein Ruhetag sein wird. Das heißt, die Wochenstruktur bei Power & Pace ist auch immer in gewisser Regelmäßigkeit aufgebaut. Eine Regelmäßigkeit, die sich immer wieder findet, ist der Ruhetag am Montag. So, jetzt ist der Ruhetag normalerweise dafür da, auch gerne die Füße etwas hochzulegen und alle Schwimmarme und Bike-Beine und Run-Beine ein Stück weit zu schonen. Den ersten Ruhetag im Oktober-Training, also beziehungsweise dann ja den vermeintlich ersten Trainingstag der neuen Saison, Den verbringen wir jetzt vielleicht aber gar nicht unbedingt mit reiner Ruhe, sondern ich finde diesen Tag immer ganz fantastisch, um dafür zu sorgen, dass in den nächsten Tagen der Einstieg in den Trainingsplan und die Durchführung dieser Trainingseinheiten schon mal bestmöglich reibungsfrei verläuft. Deswegen seid so gut und nehmt euch einen gewissen Moment Zeit und überlegt einfach schon mal, ob das ganze Trainingsmaterial für die nächsten Tage schon vorrätig ist. Also solltet ihr eine kleine Off-Season gemacht haben oder gar sogar ganz brandneu im Triathlon sein, dann beschäftigt euch mit dem Gedanken, dass es eine Badehose braucht und eine Schwimmbrille, ein Fahrrad, vielleicht ein Indoor-Trainer, Laufschuhe, oder gegebenenfalls irgendwas in Form von Laufuhr oder Herzfrequenzmesser, sowas in der Art. Für all die Ambitionierteren unter euch, bekommt die Rolle im Pain Cave startklar. Achtet drauf, dass zum Beispiel sowas wie der Zwift-Account wieder aktiviert ist, dass da alle Updates geladen sind und achtet drauf, dass die Head-Unit am Rad aufgeladen ist. Die Schaltung sollte am Fahrrad geladen sein, falls auch die schon leer gegangen ist in der Zwischenzeit und die Laufschuhe sollten jetzt nicht mehr vielleicht die ganz ausgelatschten der vergangenen Saison sein, sondern jetzt wäre ein guter Moment, um auch vielleicht auf ein neues Paar Laufschuhe umzusteigen, wenn denn die alten schon sehr gut mindestens gebraucht, wenn nicht verbraucht sind. Heißt also, wir nutzen gerne diesen Tag am 2. Oktober, um uns einmal wirklich in Ruhe und mit Bedacht mit dem Training auseinanderzusetzen, uns den Plan vielleicht schon mal anzugucken, schon mal organisatorisch zu schauen, ob das alles so von der Einteilung ganz gut funktioniert, ob wir an den gegebenen Trainingstagen auch Zeit haben, ob es irgendwas noch gibt, was wir besorgen müssen. Dann ist es so, dass dieser 2. Oktober, wenn ihr euch dann damit auseinandergesetzt habt, gibt es eine fantastische Möglichkeit, noch die letzten Details zu fixen, bevor dann am nächsten Tag wirklich die Saison losgeht, nämlich am 2. Oktober gibt es abends ein sogenanntes Q&A-Special. Für die, die das noch nicht kennen, das Q&A-Special findet immer mindestens einmal im Monat statt und da machen wir gemeinsam ein Webinar. Wie ich es eben schon gesagt habe, der einfachste Weg für euch dahin ist, auf powerandpace.de zu gehen, in den Eventkalender zu gehen und dann auf das Q&A-Special zu klicken und dann könnt ihr euch dort passend für das Q&A-Special anmelden. Das Q&A-Special am 2. Oktober ist für alle frei, also wenn ihr das jetzt hier gerade hört und ihr seid euch noch ein bisschen unsicher und ihr wollt vielleicht sogar auch noch den 2. Oktober abwarten und wirklich bis zum letzten Punkt pokern, bevor ich euch dann endgültig überzeugt habe, dann nehmt gerne am Q&A-Special teil. Das wird passend auch live übertragen, wir werden das auf YouTube übertragen und da werde ich mich um eure letzten Fragen kümmern. Wie das genau aussieht, ganz einfach. Ihr habt entweder die Möglichkeit, über den Eventkalender eure Frage mit einem Kontaktformular einzusenden, die ihr noch habt, oder ihr habt die Möglichkeit, einfach wahrhaftig auf YouTube zuzuschauen und die Chatfunktion zu nutzen, um eure Fragen zu stellen. Für die weitere Zukunft wird das so sein. Ich liebe das Q&A-Special, weil ich wirklich, wirklich gerne immer hören will, was euch bewegt und was für euch gerade im Training vielleicht eine kleine Herausforderung ist, was wir noch irgendwie besser machen können, damit irgendwas für euch einfacher ist. Und gleichzeitig möchte ich auch wirklich euch individuell dabei helfen, zum Beispiel die Saisongestaltung vorzunehmen, euch Fragen zu beantworten, was passiert im Krankheitsfall oder gleichzeitig natürlich auch Einblicke zu liefern in alles, was euch so in puncto Training interessiert. Deswegen werden wir dieses Format auch über die Saison hinweg beibehalten. Wir werden immer wieder im Eventkalender die Termine veröffentlichen, an denen die Q&A-Specials stattfinden. Anders für alle die, die schon etwas länger dabei sind, als im letzten Jahr wird es so sein, dass ihr eure Fragen bis zum Donnerstag vor dem Q&A-Special auch über das Kontaktformular einsenden könnt. Und dann werden wir es so machen, dass wir das Q&A-Special, was wir dann immer an den ersten beiden Montagabenden-Versionen aufzeichnen, und dann wird das Q&A-Special verschoben werden auf einen Dienstag. Das klappt in den ersten beiden Monaten nicht, wegen der entsprechenden Feiertage und so. Und dann verschieben wir es auf den Dienstag und nehmen gleichzeitig eine Tonspur auf, die ihr dann auf eben diesem Podcast-Kanal, also jetzt dem neuen Podcast-Kanal, dann als Tonspur bekommen könnt, wodurch ihr dann zugriffhaft auf meine Antwort zu euren Fragen. So, das als grober Überblick. Rein trainingstechnisch inhaltlich, habe ich es eigentlich eben schon gesagt, der Oktober ist dafür da, um sich so ein Stück weit einzugrooven. Also wer jetzt schon, weiß Gott was, für Umfänge erwartet, der ist sicherlich hier noch falsch. Der wäre auch überall falsch zugegeben, sondern der Trainingsstart sieht erstmal so aus, dass wir uns locker einschwimmen, einrollen, einlaufen, dass wir gleichzeitig aber auch schon einen gewissen Wert legen auf alles an Training, was nicht gerade schwimmen, Radfahren und Laufen ist. Deswegen werdet ihr im Trainingsplan häufiger die Einheiten Beweglichkeits- und Flexibilitätstraining finden, vorzugsweise am Ruhetag, als auch die Einheit Athletik und Stabilitätstraining. Beides natürlich durchaus unterschiedliche Schwerpunkte. Das eine ist eher dafür da, den Ruhetag qualitativer zu machen, die Beweglichkeit zu schulen und so diese ganzen eingepflegten Muster aus dem durchaus voluminöseren Ausdauertraining in irgendeiner Form wieder zu lockern und die Regeneration zu fördern. Das Athletik- und Stabilitätstraining, das ist uns sogar immer schon so wichtig gewesen bei Power & Pace, dass ich da tatkräftige Unterstützung von unserer Athletiktrainerin Uli habe, die mit euch immer donnerstags eine Athletik-Session veranstaltet, die ihr auf YouTube quasi live nachtouren könnt, bei euch im Wohnzimmer. Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen am Donnerstag keine Zeit haben, dann habt ihr selbstverständlich auch die Möglichkeit, das Video einfach an anderer Stelle nochmal anzusehen und es zu einer anderen Zeit in der Woche nachzutun. Aber, ich will nochmal einmal betonen, weil mir das als Coach jetzt gerade im pädagogischen Sinne euch gegenüber wichtig ist, Beweglichkeits- und Flexibilitätstraining als auch Athletik- und Stabilitätstraining haben den gleichen Stellenwert wie jede Schwimm-, Rad- und Laufeinheit auch und sind für die Entwicklung der eigenen Leistungsfähigkeit immens wichtig. Warum das so ist, wie sich Athletik- und Stabilitätstraining zum Beispiel auf die Laufökonomie auswirkt, was das mit der Radposition zu tun hat und so weiter und so fort. Das werden wir dann im weiteren Verlauf immer mal wieder nochmal klären. Deswegen nochmal der Reminder, abonniert diesen Podcast-Kanal und dann werdet ihr immer wieder auf dem Laufenden gehalten, was auch da die Trainingsinhalte so für euch bedeuten. Der Oktober hat insgesamt ein fünfwöchiges Training. Das heißt, ihr werdet am 2.10. damit anfangen und dann haben wir die Wochen vom 2.9.16.23. und 30. Oktober bevor dann am 6. November das Training beginnt für eben den Monat November. Solltet ihr also, ich mache nochmal kurz mein Beispiel, am 14.10. beim Ironman auf Hawaii starten, dann legt ihr danach eine Woche die Füße hoch, also in der Woche des 16. an. Könntet, wenn ihr denn möchtet, am 23. mit dem Quereinstieg beginnen im Oktober-Training oder ihr sagt, ich lege drei Wochen die Füße hoch und fange wirklich erst am 6. November mit dem Training wieder an, dann habt ihr auch da absolut alles richtig gemacht und macht eine entsprechende Off-Season, erholt euch gut und könnt dann auch ganz getrost noch im November mit dem Training beginnen. Also um das auch nochmal klar zu sagen, für alle die, die jetzt nicht am 2.10. sofort einsteigen, die verpassen nichts, sondern der Einstieg gelingt auch noch fantastisch im November. Ich muss aber gleichzeitig auch dazu sagen, dass der Einstieg nicht zu jeder Zeit gelingt, weil wir natürlich uns vor Augen halten müssen, das Training ist aufeinander aufbauend, zwar ist der Oktober moderat, auch der November wird moderat sein, wir werden aber schon im Dezember feststellen, dass die Trainingseinheiten als auch die sonstigen Inhalte deutlich spezifischer werden. Wir werden da schon einen Monat haben, das kann ich schon mal vorwegnehmen, bei dem wir eine Leistungsüberprüfung machen, wir werden FTP-Tests fahren, wir werden kleine Lauftests einbauen und Schwimmtests einbauen, wir werden möglicherweise die Tage über Weihnachten und Neujahr für vermehrtes Training nutzen, etc. pp. Also alles Dinge, bei denen sich der Dezember auf jeden Fall schon deutlich von dem November und dem Oktober abhebt. Deswegen würde ich da sagen, ja, so ein Quereinstieg im November, das wäre schon ein klasse Einstiegsmonat. Wenn es nicht ganz anders geht, dann gerne auch erst im Dezember einsteigen, aber ich darf auch ganz klar sagen, so ein Quereinstieg im Februar, so ganz aus der kalten Hose, das ist dann leider sehr, sehr schwierig, weil da muss man wirklich sagen, da sind wir dann schon auch bei Umfangs- und Intensitätsbereichen angekommen, ja, wo der Einstieg dann auch durchaus, ja, gesundheitlich, verletzungstechnisch vielleicht auch nicht optimal verlaufen könnte und das möchten wir natürlich in jedem Falle vermeiden. Super. Die fünf Wochen im Oktober, die werden wir verbringen mit Inhalten, mit einem bunten Mix an Inhalten, sage ich mal. Natürlich wird es noch relativ einfach sein. Ihr werdet also feststellen, dass ihr zum Beispiel beim Lauftraining aktuell relativ wenig Intensitäten vorfindet, weil man immer sagen muss, dass das Eingrooven in das Lauftraining bedeutend viel schwieriger ist, als das Eingrooven im Radfahren. Nach einfachsten Bedingungen oder Erklärungen dazu, Laufen geht immer mit einem Impact einher, wir müssen unser Körpergewicht abfangen mit jedem Schritt und das ist natürlich gerade für die passiven Strukturen, für Sehnen, für Bänder, für Gelenke und Co. ein deutlich größerer Impact, als dass wir uns auf den Fahrradsattel setzen und die Beine ein bisschen bewegen. Das Verletzungsrisiko ist bedeutend viel größer, deswegen werden wir auf jeden Fall beim Laufen noch deutlich moderater einsteigen, als wir das beim Radfahren tun. Beim Radfahren ist es so, wir grooven uns ein, wir werden aber schon die ersten Intensitätsbereiche mit einem bunten Potpourri an Intensitäten durchmachen. Ihr werdet im Trainingsplan, ich bleibe jetzt mal einmal ganz kurz beim Beispiel Finisher, gegebenenfalls sowas finden, wie einen G2-Bereich, ihr werdet sowas finden, wie einen EB-Bereich, ihr werdet sowas finden, wie einen K3-Bereich, ihr werdet vielleicht auch schon, so wie jetzt der Finisher in dem Fall, bitte da nicht wundern, wenn das andere Kategorien nicht vorfinden, aber durchaus alleine schon drei Einheiten vorfinden, im Finisher-Plan, der sich mit dem Thema Low Carb beschäftigt. Was das genau bedeutet, auch da verweise ich auf diesen Podcast-Kanal, das werden wir euch immer wieder an passender Stelle entsprechend erklären, warum das fürs Training jetzt gerade von Bedeutung ist, gleichzeitig aber auch, warum das vielleicht nicht für jede Kategorie von Bedeutung ist. So, und um nochmal kurz beim Beispiel Finisher zu bleiben, was der Finisher auch vorfinden wird, ist in dem Falle eine Struktur, die nicht nur einen Ruhetag beinhaltet, sondern sogar zwei. Ja, der Finisher hat also immer montags und immer donnerstags Ruhetag. Und genau das ist halt etwas, was im Oktober noch so ist. Ob das im November exakt genauso ist, das will ich jetzt mal noch nicht sagen, aber ich kann versprechen, dass der Ruhetag nicht unbedingt immer da bleiben wird. Also gerade bei der Kategorie Finisher wird es so sein, dass das Training dann irgendwann auch so aussieht, dass es eher sechs Tage mit wirklichem Training in der Woche sind, als fünf Tage. Super. Bis hierhin soll es das gewesen sein zum Briefing für den Monat Oktober. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Überblick verschaffen. Ich fasse nochmal einmal ganz kurz zusammen. auf powerandpace.de gehen, gerne dort Mitglied werden, gerne dann auch eine Kategorie auswählen, zu der ihr euch zugehörig fühlt. Wenn ihr da noch unsicher seid, dann schaut euch einmal ganz kurz die Kategorien an auf unserer Website, die wir anbieten. Und ich sage auch da nochmal, solltet ihr die Kategorie im Laufe der Saison einmal ändern wollen, dann ist das völlig fein. Was mir beim Thema Kategorien wichtig ist, ordnet euch bitte unbedingt realistisch ein. Ja, also da ist eine Angabe über ungefähr durchschnittliche Stunden in der Woche, als auch eine Range vorgegeben bei den einzelnen Kategorien von bis. Und da ist mir sehr, sehr wichtig, dass ihr da sehr mit Bedacht rangeht. Also bitte nicht übermotiviert, nachdem ihr dieses Jahr eine olympische Distanz vielleicht gefinisht habt, die Kategorie Qualifier nehmen und davon ausgehen, dass ihr in der nächsten Saison lockerflockig die 14, 15 Wochenstunden im Durchschnitt auf jeden Fall hinter euch bekommt, weil das wäre auf jeden Fall zu überambitioniert. Und da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da gerade neu ist, wenn man vielleicht jetzt ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre, zwei Jahre Triathlon-Training mit einem moderaten Umfang hinter sich hat, dann sollte der Umfang da zur neuen Saison nicht exorbitant steigen. Also ich sage mal, eine gesunde Steigerung um 20, 30 Prozent ist sicherlich okay, aber eine Steigerung um 50 Prozent oder gar 100 Prozent sollte auf jeden Fall vermieden werden. Wenn ihr dann eure Kategorie eingeordnet habt, kreiert ihr euch sehr gerne euren Trainingsplan, also den entsprechenden Link dazu, dann werdet ihr auf 2daysplan geleitet, könnt dort euer Konto anlegen, wenn ihr es denn möchtet, dann tragt mich gerne als euren Coach ein unter eurem Konto und dem Zugriff und verwendet dafür die E-Mail-Adresse powerandpace at tri-mac.de Dann sind auch per sofort eure Trainingszonen eingestellt. Was ihr dann lediglich machen müsst noch, ist euer Profil anlegen in puncto Gewicht und Größe als auch eure Schwellenwerte angeben. Wenn ihr dazu Fragen habt, beziehungsweise wenn ihr mehr Infos sehen wollt, einfach in den Shownotes den YouTube-Link anklicken und dann findet ihr da entsprechende Infos. Wenn ihr dann euren Trainingsplan vor euch habt, dann tragt ihr das Startdatum 2. Oktober ein und dann findet ihr all das vor, was ich euch gerade erklärt habe. Einen Trainingsplan über 5 Wochen, mindestens einen Ruhetag am Montag, für manche Kategorien auch einen Ruhetag mindestens noch weiter am Donnerstag und erstmal ein buntes Potpourri an Eingewöhnung an das Training. Ganz entscheidend wichtig nochmal, bitte am Anfang ganz entspannt bleiben, geht wirklich auch nicht übermotiviert an die Sache ran, sondern kümmert euch vor allen Dingen erstmal um einen souveränen Einstieg, denkt daran, das ganze Material frisch zu machen, gewöhnt euch erstmal wieder an die Struktur, gewöhnt euch auch daran, vielleicht zweimal die Woche wieder ins Schwimmbad zu fahren, gewöhnt euch daran, lasst den Hintern sich an den Sattel gewöhnen, lasst die Gelenke sehen und Bänder sich wieder ans regelmäßige Laufen gewöhnen und macht das wirklich alles mit Bedacht. Wenn das Power & Pace-Projekt rein sportlich in den letzten Jahren durch zwei ganz entscheidende Aspekte ausgezeichnet wurde, dann ist es erstens auf jeden Fall der Erfolg der Sportlerinnen und Sportler. Es hat sich gezeigt, dass unsere Sportlerinnen und Sportler wirklich ganz hervorragende Leistungen abliefern, sehr gerne auch viel Spaß dabei haben, immer wieder auch mal überraschen durch ganz besondere persönliche Erfolge, egal ob das jetzt persönliche Bestleistungen oder Qualifikationen für Weltmeisterschaften sind oder, oder, oder. Und vor allen Dingen, und das ist mir extrem wichtig, Punkt 2, Power & Pace zeichnet sich auch ganz klar dadurch aus, dass wir eine sehr, sehr geringe Quote an Verletzungen etc. pp. haben an Athletinnen und Athleten, die irgendwann im Laufe der Saison leider verletzungsbedingt ausscheiden müssen. Das kommt sehr selten vor, weil es uns immer sehr, sehr wichtig ist, zum einen die Dosierung des Trainings sinnvoll einzusetzen, uns um die Beweglichkeit zu kümmern, auch mit dem Athletiktraining dafür zu sorgen, dass eine Prävention für die Verletzungen stattfindet und auch gerne genügend Inhalte rund um das Training liefern, wie eben dieses Briefing hier, um dafür zu sorgen, dass kein Overload stattfindet und keine Überbelastung da ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Oktober-Training. Ich würde mich super freuen, wenn wir uns am 2. Oktober live im Webinar wiederfinden würden oder bei unserer YouTube-Veranstaltung vielmehr. Wenn ihr keine Zeit habt, schickt mir sehr gerne eure Fragen, weil uns sehr daran gelegen ist, dass wir euch den Einstieg in die neue Saison so einfach und so entspannt wie möglich machen. Und dann kann ich uns allen nur viel Spaß und Erfolg für die neue Saison wünschen. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017